Was kann man mit diesen Bauteilen alles anstellen in deinem Wohnmobil? Das möchte ich euch jetzt im Einzelnen einfach mal kurz erläutern. Ich bin der Michael von MIGA Caravan in Dingesbühl. Ich sage Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute ein neues Thema. Bussystem bzw. Smart Home kennen wir alle. Und das Ganze jetzt auch ins Wohnmobil auf eine relativ einfache Art und Weise gebracht. Genau um dieses Thema geht es heute. Und zwar nicht nur für bestimmte Systeme, sondern eigentlich für alle Wohnmobile. Es muss kein spezifisches Truma-Gerät sein oder kein spezifisches CBE oder sonstiges Gerät, sondern man kann auch alle Wohnmobile in einer bestimmten Art und Weise smart machen. Alles auf dem Tablet oder auf dem Handy. Je nachdem, wie man sich das gestalten will, kann man das umbauen. Und genau um das geht es heute. Und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen. Wir haben ein Fahrzeug da und zwar Katjas Fahrzeug. Das haben wir da in der Form einfach mal aufgerüstet. Sukzessive wollen wir euch da mitnehmen, was alles möglich ist, was man alles tun kann. Und euch Stück für Stück in mehreren Videos auch dann in der Praxis zeigen, wie das Ganze funktioniert und was man damit alles Tolles anfangen kann. Und ich muss sagen, ich bin heute schon begeistert von dem, was ich da sehe, was wir da heute schon gemacht haben. Man kann auch kleine Spielerchen mit einbauen. Tolle Geschichte und ich würde sagen, genau das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und dazu gehen wir mal in die Werkstatt. So, hier sehen wir jetzt mal die App, um die es eigentlich geht, beziehungsweise wie man das Wohnmobil smart machen kann. Wir haben hier in Katjas Fahrzeug, in dem ich mich auch jetzt befinde, mal ein paar Kleinigkeiten eingebaut. Und wenn wir jetzt hier mal runter scrollen, also hier sehen wir erst einmal das Fahrzeug als solches. Wenn ich jetzt den Motor anlasse, wird hier bei Generator der Motor dementsprechend die Watt anzeigen, die er mir bringt, wenn der Motor läuft, sprich der Booster. Hier wird die Solaranlage angezeigt, was die mir bringt, wenn dementsprechend ich jetzt über Solar Strom erzeuge. Steht natürlich jetzt minus ein Watt, weil der Solaregler hier in der Halle nur Strom braucht und natürlich keinen bringt. Hier unten haben wir Verbraucher. Da hängen jetzt alle Verbraucher dran und noch ein paar andere Sachen. Das müssen wir mal noch trennen. Normalerweise gehört hier der Landstrom her. Dann sehen wir hier, was Landstrom ist. Und hier die Verbraucher sind natürlich Licht und so weiter, was dann hier natürlich, wenn der Landstrom hier drüben hängt, als Minus dargestellt wird. Also relativ einfach. Da müssen wir dann noch mal ein bisschen nachändern. Und so kann man hier dementsprechend schon mal von Haus auf sehen, was ist in meinem Fahrzeug für Stromhaushalt da. Dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir einen schönen Eleger-Streifen, den ich ein- und ausschalten kann. Das geht jetzt hier einfach über das Handy, schalte ich hier ein und aus. Ich zeige euch gleich, wo ich den versteckt habe. Und hier unten haben wir die Tanks. Hier kann ich zum Beispiel Tank gehen. Da haben wir jetzt in dem Fall Supersense verbaut und angeschlossen. Das kann mit dem System natürlich gut kommunizieren. Hier wäre der Abwassertank. Den haben wir natürlich nicht angeschlossen, weil ich immer sage, wenn der Frischwassertank leer ist, ist natürlich zwangsweise der Abwassertank voll. Dann haben wir hier noch eine schöne Temperaturanzeige. Temperaturanzeige, Außentemperatur sowie Raumtemperatur. Wir haben jetzt hier außen 16,5, innen 19,3. Das ist jetzt an den Stellen, wo hier der Temperaturfühler verbaut wurde. Und ganz unten habe ich nochmal einen Lichtschalter, wo man entsprechend nochmal ein Licht ein- und ausschalten kann. Das zeige ich euch auch, wo ich das versteckt habe. Und natürlich kann man hier über WingCate Plus noch viele andere Sensoren mit dazunehmen. Man kann noch eine Katte dazunehmen. Das heißt, man weiß immer den Standard, wo man hat. Man kann die Titronik-Alarmanlage hinzunehmen. Man kann noch andere Temperaturen, Geräte hinzunehmen. Also da hat man ganz viele Möglichkeiten, was man hier dazu basteln kann. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Katte nehme, dann kann ich jetzt in irgendeiner Form hier eine Katte auswählen, die dann hier unten ist. Hier ist der Standort, da sehe ich sofort, wo ich bin. Also das sind alles so Kleinigkeiten. So kann ich mein Fahrzeug auch zu jeder Zeit abrufen, weil das Ganze funktioniert ja auch über eine größere Distanz. Also ein ganz, ganz tolles System, wo jetzt hier in dem Fahrzeug sukzessive nachgerüstet wird und immer mehr ausgebaut wird. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem System. Okay, man kann natürlich jetzt nicht die einzelnen Komponenten, da kommt man dann sukzessive drauf, Erheizung, die Tumorheizung, die wird noch integriert und noch ein paar andere Dinge, Wechselrichter und so weiter, kann man dann auch dementsprechend verschalten und auch dementsprechend ansteuern. Jetzt zeige ich euch aber kurz, wo denn die Lichter verbaut sind, weil das ist ein ganz tolles Feature. Da möchte ich euch mal kurz mit nach außen nehmen, weil das eine Licht, was wir hier bunt machen können, das habe ich hier als indirekte Beleuchtung gemacht. Und jetzt passt mal auf, jetzt habe ich zack auf meinem Handy, seht ihr das, angeschalten und dann leuchtet das hier blau. Jetzt kann ich natürlich die Farbe wählen, ganz eindeutig. Ich kann auch sagen, ich möchte es jetzt grün haben oder pink, rot, was auch immer. Das kann man sich dann einstellen, wie man das möchte. Und das finde ich echt eine tolle Sache. Ihr seht, wie die Farben wechseln, von gelb bis hin zu allen möglichen Thematiken. Man kann das Ganze natürlich auch dimmen. Ich kann es dunkler machen, kann es aber auch heller machen. Spiegelt sich gerade im Dunklen wieder, ist eine schöne Ambientebeleuchtung hier unten. Und jetzt gehen wir mal ins Fahrzeug rein und machen so ein bisschen die Tür zu. Deuten wir mal an. Kleinen Moment. Und ihr seht, auch im Inneren des Fahrzeugs ist es eine tolle Ambientebeleuchtung, die man hier hat. Wo man dann, wenn man hier herinsitzt, auch natürlich einstellen kann. Gehen wir jetzt mal auf grün, dann leuchtet es grün. Also finde ich echt eine tolle Sache. Bin mega begeistert. Das ist echt ein tolles Feature. Was man hier alles damit anstellen kann. So, dann gehen wir nach oben. Da haben wir die Regenrinne. Auch die kann ich, zack, einschalten und ausschalten. Das heißt, zum Beispiel, ich stehe auf einem dunklen Stellplatz und ich laufe in der Nacht an mein Fahrzeug hin. Dann kann ich hier schon mal über das Handy sagen, mach mir das Licht an. Ich habe gerade die Hände voll oder weiß der Geier was. Bevor ich noch richtig am Fahrzeug bin, damit ich nicht über meine Stühle oder sonst was drüber stolper. Also alles in allem ein wirklich tolles Feature. Und das Ganze kann man natürlich auch über die Pfanne ansteuern. Über Tablet, über Handy, über alle verfügbaren Endgeräte, wo man diese App einfach installiert. Das Fahrzeug ist ottbar, das Fahrzeug ist einschaltbar, ausschaltbar. Und hier kann man noch ein Bild hinterlegen, hier kann man seinen Namen hinterlegen. Hat man alle Möglichkeiten, die man für so ein System oder für so ein Smart System sich wünschen kann. Und das finde ich echt ansprechend, richtig toll. Es ist ein schickes System geworden. Und ich finde, das ist richtig, richtig gut. Smart Wohnmobil ist ein Thema und man hat sein Fahrzeug immer unter Kontrolle. So, jetzt habe ich hier mal den Motor angeschmissen und ihr seht sofort die Lichtmaschine hier. 100 Watt. Auch das funktioniert. Da sieht man dann dementsprechend sofort, was hier reingeht. So, jetzt möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, wie die einzelnen Komponenten sich zusammenfügen. Hier haben wir das Brain. Das ist natürlich der Kopf für die ganze Systematik. Hier wird im Prinzip die Zentraleinheit gesteuert, eine E-SAMS integriert, damit das Ganze auch natürlich erreichbar ist über die Fahne. Das Ganze wird mit Plus Minus versorgt. Hier wird ein eigenes Netzwerk aufgebaut, wo sich dann die ganzen Zubehörelemente automatisch mit integrieren. Hier haben wir dann unseren Shunt. Das heißt, Batterieshunt wird angeschlossen. Solaranlage, Ladebooster, Ladegerät. Alles, was Verbraucher plus oder minus sind, wird hier angeschlossen. Hier unten wird die Hauptbatterie angeschlossen. Und dann kann man nämlich all die einzelnen Komponenten ausfiltern. Und somit rechnet er das aus, was, wo, wie verbraucht wird. Jetzt haben wir hier noch die kleinen einzelnen Schalter. Der hier zum Beispiel ist für die Temperaturfühler. Hier können wir zwei Temperaturfühler anschließen. Temperatur 1, 2 oder innen, außen. Wie man möchte, kann man die dann dementsprechend auch benennen. Man könnte jetzt auch sagen, Temperaturfühler für Kühlschrank, Temperaturfühler für außen, Temperaturfühler für Dach. Was man auch immer möchte. Hier haben wir einen ganz normalen Switch. Das ist ein einfacher Schalter. Der wird einfach in den Kreislauf mit eingebracht, in dem Segment, was man schalten möchte. Und hängt dann dementsprechend einfach hier den Verbraucher ran. Kann die Deckenleuchte sein, kann der Kühlschrank sein, kann alles Mögliche sein. Also kann die Leselampe sein, kann eine Außenbeleuchtung sein, kann alles, was ich eben ein- und ausschalten möchte. Dann haben wir Level Control, sprich die Level, das sind die Tankfüllstände. Abwasser, Frischwasser. Natürlich kann man auch zwei solche montieren. Dann hat man auch noch Grau- oder Schwarzwasser dazu. Auch das ist machbar. Natürlich könnten wir hier auch sagen, wir nehmen noch den Abwassertank dazu. Kann man sich dementsprechend alles konfigurieren, zusammenstellen. Auch hier im Smart-Bereich, wie man das möchte. Zu guter Letzt haben wir hier noch liegen, die Ambiente-Beleuchtung. Das ist das, was ich bei Katja schön unter der Drittstufe da verbaut habe. Wo man einfach auch im beliebigen Stromkreislauf einfügt, hier die LED-Lampe hinhängt. Und schon geht es los und schon leuchtet alles. Und ich kann das Gerät ansteuern. Auch das ist ganz einfach zu handeln. Zack, zack, anschließen, durch und schon ist das ganze Thema fertig. Alles in allem eigentlich ein relativ überschaubares System, einfach zu installieren. Und man hat auch hier mehr Kontrolle. Hier haben wir zum Beispiel ein Tablet in der Form, wie es ausschauen kann. Hier haben wir es auf dem Handy. Hier sieht man nochmal die einzelnen Komponenten. So wird das einfach eingebracht in den Kreislauf. Hier das zu schaltende Element. Und schon funktioniert alles. Es ist wirklich relativ einfach gestaltet. Hier kann man Grauwasser, Frischwasser, Gas, kann man alles gestalten. Hier oben Lichter für verschiedene Elemente. Das Ganze müssen wir noch einprogrammieren, das haben wir noch nicht gemacht. Und hier unsere Ambientebeleuchtung und, und, und. Viele, viele Möglichkeiten. Wo man hier hat, verschiedene Temperatursensoren, Klimasteuerung. Und das finde ich alles in allem eine echt gelungene Smart-Home-Geschichte, wo ich mein Fahrzeug abrufen kann. Wo ich mein Fahrzeug unter Kontrolle habe, ein- und ausschalten kann. Und das ist einfach wow. Und da muss ich sagen, ist das schon eine tolle Geschichte. Es geht sogar so weit, dass ich im Prinzip, wenn ich das möchte, selbst das Hauptdisplay entsorgen kann. Und die Steuerung sogar als Hauptdisplay nehmen kann. Weil ich so viele Kanäle habe, wo ich steuern kann. Ich kann unendlich viele Switches einsetzen und kann die ganze Thematik steuern. Das ist ohne Wenn und Aber möglich. Man kann das mit kleinen Tablets machen, man kann das mit Handys machen. Man kann das im Prinzip ansteuern, wie man es möchte. Das Schöne ist, dass es wirklich in jedes Fahrzeug integrierbar ist. Weil es unabhängig von der Komponente, was schon verbaut ist, im Fahrzeug ist. Somit kann man das in jedem Wohnmobilkasten machen, teilintegriert, vollintegriert, jeder Marke, ohne Probleme integrieren. Die Integration ist natürlich vom Aufwand her immer unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Darum bitte ich euch auch hier immer bei YouTube, fragt mich nicht nach Preisen, was da was kostet. Weil es ist einfach immer fahrzeugspezifisch. Ich kann hier keine Antwort geben, was für irgendwas so ein System kostet. Welche Ausstattung? Was will man alles schalten? Was will man alles kontrollieren? Was möchte man alles damit machen? Und dann muss ich natürlich trotz alledem auch sehen, wie hoch ist der Aufwand der Montage. Bei jedem Fahrzeug unterschiedlich. Und das sind Dinge, die kann ich hier einfach nicht beantworten. Und Umbauten, die Kunden hier bei mir getätigt haben, möchte ich auch nicht auf YouTube die Preise bekannt geben, weil immer wieder die Frage entsteht, was kostet der Umbau, was hat das gekostet, was hat jenes gekostet. Das ist was, was den Kunden selber was angeht. Und ich denke, wenn ihr wissen wollt, was was kostet, dann einfach durchrufen, was ihr wollt, beziehungsweise eine E-Mail schreiben und dann können wir einfach ein Angebot erstellen. So auch mit diesem Set. Also jetzt nicht gleich in die Tasten hauen, was kostet was, sondern einfach mal überhaupt mal angucken, ist das was für euch, gefällt euch das? Ich finde es eine tolle Geschichte. Ich finde, es ist ein Riesenthema. Smart Home ist schon lange in. Smart Wohnmobil kann in werden. Ja, schon sind wir wieder am Ende unseres Videos. Das war dieses Mal ein neues System, was ich euch vorstellen möchte. Das Ganze wird natürlich noch sukzessive ausgebaut, wird noch intensiver bekannt gegeben und wir werden darüber auch noch viel, viel mehr berichten. Aber wir fangen langsam an, sammeln unsere Erfahrungen im Einbau sowie auch in der Handhabung und lassen das euch natürlich teilhaben. Wenn ihr Interesse an dem System habt, haut in die Tasten, schreibt mir einfach eine E-Mail, was er euch vorstellt, was alles schaltbar sein sollte, beziehungsweise machen gern einen Termin aus und wir beraten euch hier vor Ort über das System und wir gucken, was dabei rumkommt. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben beziehungsweise, wenn euch das Video gefallen hat, auch über einen Kommentar von euch und ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Nächste Woche, nein, diese Woche, kriegen wir ein Morello Palace und ein Morello Loft, den wir auch sehr intensiv umbauen und lasst euch überraschen, das waren ganz, ganz tolle Technik-Videos. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt mal gesund, passt auf euch auf, euer Micha und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.